Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. It's Groundhog Day. Papa Bale ist zurück und übernimmt nach der 2-5-Niederlage. Man muss es sich immer noch mal vergegenwärtigen. Auf Schalke den Job von Sandro Schwarz. Wir reden jetzt über den Trainerwechsel. Let's go. Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast, Folge 228 mittlerweile. Meine Wenigkeit heißt Marc. Ich bin heute Ihr Pilot für diese Folge, übernehme mal wieder für den abermals verhinderten Lukas. Aber das ist ja mittlerweile fast schon geprobt, will man meinen. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine. Wir sind zu dritt. Willkommen im Podcast. Anna, ich muss dich anmoderieren damit, dass du dir ja wirklich nur die ganz besonderen Folgen raussuchst. Letztes Mal dein Auftritt, ein gewisser Fredi Bobic musste gehen und der Hertha-Weg wurde ausgerufen. Jetzt wird der Hertha-Weg quasi mit einer neuen Person weiter vorangetrieben, wenn man es jetzt mal positiv formulieren möchte. Ja, willkommen. Ja, hi. Und das Bittere ist, dass ich mich erinnere, dass ich in der letzten Folge, wo ich dabei war, dann gesagt habe, nee, eine gute Entscheidung, die hat Bobic getroffen und es war schwarz zu holen. Und jetzt bin ich dabei, wo wir den verabschieden. Das ist der BSC. Und der andere, der sich weniger Rosinen rauspickt, sondern das ist ein Malocher, der ist immer da, das ist ein Teil der Achse. Puma, grüß dich. Hi, immer da für die positive Zukunft. Immer da für die positive Zukunft. Ja, vielleicht wird sie ja jetzt wieder positiver. Ja, erst mal zu der Struktur dieser Folge. Ich habe schon im Vorgespräch bei uns gesagt, besondere Folgen brauchen besondere Maßnahmen. Und wir haben gedacht, wir sprengen dieses Mal ein Stück weit die altbekannte Struktur dieses Podcasts. Denn normalerweise kennt ihr das ja, sind wir mit den News und der Spieltagsanalyse und so weiter strukturiert. Heute machen wir mal das Ganze ein bisschen anders, denn man muss diese letzten Tage schon als einen Blog betrachten. Und ich glaube, nachdem das Spiel auch am Freitag gewesen ist, nachdem das die erste Folge seit zwei Wochen ist, nämlich dem Leipzig-Spiel, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir vielleicht die letzten oder die jüngsten Geschehnisse bei Hertha BSC einfach als solches in Gänze besprechen und das nicht so künstlich aufteilen. Das heißt, es wird dieses Mal keine Hertha-News geben und auch keine Spieltagsanalyse als solche. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dadurch, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, haben wir natürlich den historischen Moment nicht besprochen, dass Hertha BSC endlich eine eigene Frauenabteilung bekommt. Das soll nicht unter den Tisch fallen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir zu gegebener Zeit dazu mal eine gesonderte Folge machen werden, um dem Ganzen auch gebührend einen Platz geben zu können, um das alles mal aufarbeiten zu können. Aber so wie es bei den Verantwortlichen gerade so ist, das Thema muss in den Hintergrund rücken, dann das sportliche Fortbestehen in der ersten Liga der Männer ist in Gefahr. Und darüber ist jetzt zu reden. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo wir starten. Ich denke, am Ende des Tages müssen wir natürlich trotzdem über das Schalke-Spiel reden als solches, um herausarbeiten zu können, warum es denn mit Sandro Schwarz nicht weitergehen konnte. Aber wie gesagt, wir machen es diesmal nicht so, dass wir anekdotisch die einzelnen Spielszenen durchgehen, sondern eher übergeordnet darüber sprechen wollen, was in diesem Spiel alles schiefgelaufen ist und was auf die generelle Zeit zu übertragen ist von Sandro Schwarz. Und da würde ich mit Anna anfangen. Du hast dir das Spiel ja noch mal im Real Life geben dürfen, was natürlich auch eine ganz besonders schöne Aufgabe ist. Deswegen hast du jetzt die Ehre, vielleicht so das erste Problem von Hertha BSC in dieser Partie zu besprechen, was vielleicht alles andere dann bedingt hat. Also das erste große Problem für mich war, dass Hertha überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist und nicht einen zweiten Ball bekommen hat. Nie. Und das war deswegen aus meiner Sicht so ein großes Problem, weil das sich eben nicht durch die ganze Saison gezogen hat. Es gab häufig Spiele, wo ich davon überrascht war und wo das irgendwie auch Herthas Spiel dann ausgemacht hat, dass sie da eben immer dabei waren, dass sie gut in die Zweikämpfe gekommen sind, dass sich daraus dann nicht irgendwie wahnsinnige Spielzüge entwickelt haben, wenn sie dann mal im Ballbesitz waren. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber dass dieser Kampf quasi nicht nur zu sehen war, sondern auch in irgendeiner Weise von Erfolg gekrönt war. Dass man da mit Einsatz in den Zweikampf gegangen ist und da nicht nur mit Einsatz dabei war, sondern auch mal einen Ball gewonnen hat und den Ball an den Mitspieler gebracht hat, der sich wiederum überlegen konnte, was er damit macht. Und du hast es gerade gesagt, ich habe es im Real Life geguckt und habe gesehen, was Sandro Schwarz davor gesagt hat vor dem Spiel. Und das hat sich, wenn man das Ergebnis kannte, noch mal ganz anders angehört. Der meinte, wir haben Spieler auf dem Platz, die wollen den Ball. Und ich habe diesen Satz gehört und dachte, nee, da wollte keiner den Ball, keiner. Und das war für mich deswegen das große Problem, weil sich das eben aus meiner Sicht noch nicht so krass durch die ganze Saison gezogen hat, wie das in diesem Spiel wirklich eine Katastrophe war. Dann ist deine These dahingehend vielleicht, dass selbst wenn schon das nicht mehr zu sehen ist, was vielleicht Teile der Saison zu sehen war, dass es dann wirklich kein Argument mehr für Sandro Schwarz gibt. Denn wenn selbst die Grundtugenden, die es teilweise ja gegeben hat, die sich auch ein bisschen im Vergleich zur Vorsaison, finde ich, dann auch verbessert hatten, wenn selbst das nicht mehr stimmt, so interpretiere ich jetzt das, was du gesagt hast, dann muss man die Reißleine ziehen, weil dann ist irgendwas Grundsätzliches nicht mehr richtig. Ich würde da mitgehen, besonders die ersten beiden Tore, um das halt als Fallbeispiele zu nehmen, zeigen das ja perfekt. Es sind die beiden Tore, die dazu dann auch führen, dass Tolga G.R.G. frühzeitig ausgewechselt wird, weil besonders er in keinen Zweikampf kam und allein in der dritten Minute, wie Tim Skake einfach nur begleitet wird, es keine Abstimmung gibt und niemand rangeht an ihn. Aber ja, in der Bundesliga wird dann selbst ein Tim Skake mal so ein Ding, klar, das ist besonderes Pech, dass der so reinfliegt, aber in der Bundesliga wird selbst ein Tim Skake dazu in der Lage sein, ein Ball aufs Tor zu bringen, selbst wenn er nicht so schön reingeflogen wäre. Er muss halt gestellt werden irgendwann. Und in der zweiten Szene, das ist ja ein aberwitziges Gegentor aus Hertha-Sicht, dass du nach einem Einwurf in keinen Zweikampf kommst. Also Hertha führt keinen Zweikampf bis zu dem Tor. Das ist Wahnsinn, wie G.R.G. vorbeirutscht im Zweikampf, also gar keine Standhaftigkeit besessen hat. Niemand sich dann für Skake verantwortlich fühlt, er halbherzig gestellt wird und in der Innenverteidigung zwei Innenverteidiger einen Stürmer nicht gedeckt bekommen. Das ist schon viel desaströser und desolater geht's ja an der Stelle nicht. Tobi, was würdest du vielleicht als zweites Problem des Spiels oder der letzten Wochen vielleicht auch, je nachdem, wie weit du's fasst, bezeichnen? Ich finde, die Konstanz ist schon, beziehungsweise die Inkonstanz ist schon ein wesentlicher Faktor. Du schaffst es mit verhältnismäßig sehr guten Leistungen, ganz gute Spiele zu machen, ohne zu punkten, ohne sich zu belohnen. So ein bisschen wie die Zweikämpfe, die Anna angesprochen hat. Aber wenn du eben nicht sehr gut bist, dann brichst du komplett auseinander. Wir haben jetzt vor zwei Wochen ein gutes 1-1 gegen Freiburg geholt, haben danach 0-1 gegen Leipzig verloren. Das war kein gutes Spiel, darüber müssen wir nicht reden. Aber wir haben gekämpft und bis auf dieses blöde Gegentor war es okay für unsere Verhältnisse. Und dann brichst du auf Schalke so auseinander, ohne irgendeine Gegenwehr zu zeigen. Und man hat ja einen Schwarz auch geholt, weil er ein taktisch anspruchsvoller Trainer ist, weil er eine Spielphilosophie hat, die er verfolgt und die er seinem Team mitgeben möchte. Davon war aber nichts mehr zu sehen. Also das spricht halt im Endeffekt auch dafür, dass er das Team nicht mehr erreicht hat. Ja, zumindest genau. Also erreichen ist ja das, was ich jetzt eigentlich einfach nur floskelhaft anders hätte formulieren wollen, nämlich einfach wirklich nicht mehr in die Köpfe der Spieler zu kommen. Es ist wahrscheinlich gar nicht, dass die Mannschaft sich jetzt gegen einen Sandro Schwarz gestellt hat. Das Verhältnis war ja bis zum Ende, was ich mir habe sagen lassen, zwischen Mannschaft und Trainer und Verein und Trainer sehr, sehr gut. Deswegen gab es ja dann noch diesen so respektvollen Abschied. Aber ich glaube tatsächlich, dass unter Sandro Schwarz nie Selbstvertrauen aufgebaut werden konnte. Und dann in so einer emotionalen Extremsituation wie in diesem Schalke-Spiel, dass man dann auseinanderbricht. Denn für mich ist es so, das war auch das, was ich in meinem MBB-Artikel zu dem Spiel geschrieben habe. Ich glaube, die bitterste Erkenntnis ist ein Stück weit, ich finde, die erste Halbzeit gegen Schalke war gar keine besondere in dieser Hertha-Saison. Frühe Gegentore, schlechtes Abwehrverhalten, das Aufgeben des Zentrums, offensiv von einzelnen Momenten und von Individualisten abhängig zu sein, das hat man diese Saison und besonders im Jahr 2023 so oft gesehen. Ich finde tatsächlich nicht, dass Hertha in der ersten Halbzeit auseinandergefallen ist. Die ersten beiden Gegentore sind sehr, sehr schlecht verteidigt. Aber wie viele Gegentore hat Hertha sehr, sehr schlecht verteidigt in den letzten Wochen und Monaten? Und für mich ist dann die bitterste Erkenntnis eigentlich, dass eine durchschnittliche Hertha-Halbzeit, ich nenne sie jetzt mal durchschnittlich, oder leicht unterdurchschnittlich, nicht mal mehr gegen den FC Schalke 04 reicht, der mit einer anderen Körpersprache, mit einer anderen Bereitschaft in diese Partie gegangen ist. So, und dann kommt halt der nächste Punkt, der sicherlich beim Zweikampfverhalten mit inbegriffen ist, aber den man schon nochmal gesondert herausarbeiten muss, ist dieses völlig desolate Abwehrverhalten von Hertha BSC. Dass man es gegen Freiburg und Leipzig hat man das gut gemacht, wie Puma gerade es auch erklärt hat. Allerdings waren das Partien, wo die Mannschaft komplett darauf geeicht war, nur verteidigen zu müssen. Die Spieler hatten einen Plan im Kopf. Verteidigt diesen Kasten, bleibt in der Grundstruktur und nach vorne ist schön, wenn was passiert. Wenn nicht, reißt uns gegen Freiburg und Leipzig niemand den Kopf ab. Gegen Schalke aber musst du sowohl die Defensive halten, als auch offensiv dein Glück versuchen. Und diese Balance, das hatte die Mannschaft aufgrund des fehlenden Selbstverständnisses nicht im Tank. Und diese Abwehr, das zeigen auch alle weiteren Gegentore, wenn man so will, außer jetzt ein direkter Freistoß, aber war selbst davon überfordert, dass Schalke ein Stilmittel hatte. Und das war der lange Ball auf Simon Terodde, der ihn festmacht und auf die Außen legt. Das ist der einfachste Plan, den du im Fußball haben kannst. Und es war Hertha in dieser emotionalen Ausnahmesituation nicht möglich, auf sowas eine Antwort zu finden. Und das ist natürlich katastrophal. Und das ist auch deswegen, ich nenne es jetzt mal schade, weil es gab in dieser Saison viele Spiele, wo die erste Halbzeit komplett daneben war und die Mannschaft aus der Kabine kam und man sich gefragt hat, was hat Sandro Schwarz mit denen gemacht? Was hat er denen gesagt? Dass da auf einmal so eine andere Mannschaft auf dem Platz steht. Und ich glaube, ich habe diese Saison auch viel zu sehr von diesem Hinspiel in Leipzig gezehrt. Ich glaube, alle. Das war ja die krasseste Situation davon, dass du in Leipzig zur Halbzeit 3-0 zurückliegst und denkst, ja toll, jetzt gucke ich mir hier ein 6-0 an, danke dafür. Und dann kommt die Mannschaft da wieder, schießt zwei Tore, Loco Bakio rennt zurück, klärt diesen Ball auf der Linie und Schwarz kommt danach zum Gästeblock und motiviert die Fans nochmal, die Mannschaft richtig zu supporten und alles. Und von diesem Spiel habe ich, glaube ich, viel zu sehr gezehrt die ganze Saison, dass ich irgendwie immer dachte, ey, das steckt doch in der Mannschaft. Wenn die das gegen Leipzig rausholen können, dann bitte auch noch gegen viel schwächere Gegner. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was diese Mannschaft schon länger hat. Und das ist halt auch dieses Kopfproblem. In Spielen, in denen nichts gehen muss, eine Niederlage gegen Leipzig ist eingepreist. Da entwickelt die Mannschaft eine Form von Moral oder von Mut. Aber es ist so, das klingt jetzt sehr gemein, aber es ist eine Form von Gratismut. Denn in diesen Spielen geht es in dem Sinne, um nichts außer jetzt nicht völlig abgeschossen zu werden. Aber in den Spielen, in denen es um etwas geht, ja, da hat die Mannschaft in der Saison auch ein paar Spiele abgeliefert, wo sie es zumindest irgendwie geschafft hat. Hinspiel gegen Schalke noch gewonnen, knapp, obwohl das auch kein gutes Spiel war. Beide Spiele gegen Augsburg gewonnen, das letzte Spiel im letzten Jahr gegen Köln gewonnen. Also es gab schon Momente, wo man das irgendwie hinbekommen hat. Aber viel zu selten. Und wie gesagt, das ist das wichtigste Spiel dieser Saison, auch wenn das immer sehr, ja, das klingt immer sehr plakativ, war dieses Schalke-Spiel. Und wenn man da so auseinanderbricht, besonders in der zweiten Halbzeit, obwohl man ja eigentlich diesen Moment hat mit Jovetic, der einen nochmal ranbringt, psychologisch guter Zeitpunkt, kennen wir zu Genüge, die These. Aber man hätte ja Druck entwickeln können. Und es gab ja sogar in der ersten Halbzeit, ja sogar teilweise in der zweiten Halbzeit, Torgefahr. Also ich finde, das ist vielleicht ein weiterer Punkt, der sich auf diese Saison beziehen lässt. Ich finde, dass die Ideen von Sandro Schwarz waren immer wieder zu erkennen. Ich finde schon, dass du in Spielen angemerkt hast, dass da ein Matchplan ist und dass die Mannschaft in der Woche etwas trainiert hat. Etwas, was man lange Zeit nicht gesehen hatte, finde ich, bei Hertha. Ich war immer der, der hier saß und gesagt hat, ey, ihr müsst mir nicht den arriviertesten Plan in diesem Sport zeigen auf dem Feld. Aber einen Plan wäre schon mal gut. Und ich finde, dass das Spiel unter Sandro Schwarz insgesamt deutlich weniger konfus war als in den Jahren zuvor. Und auch in diesem Schalke-Spiel die Idee mit einem Stefan Jovetic, der sich ins Mittelfeld fein lässt, und einem Luke Bakio, der die gegenläufige Bewegung macht, in die Spitze und dadurch Tiefe schafft. Ganz ehrlich, wenn man sich ... Man könnte, glaube ich, einen ganz guten Zusammenschnitt davon machen, wie viele Szenen davon es gegeben hat und die funktioniert haben. Man hat Dodi Luke Bakio in diesem Spiel deutlich besser ins Tempo bekommen als in den Spielen davor. Und man hat Torgefahr entwickelt. Aber natürlich lässt sich daraus kein Druck entwickeln, wenn die Abwehr es immer wieder, um da den Bogen zu spannen, es immer wieder mit dem Hintern einreißt. Du kannst gar keine Dominanz entwickeln, weil du keine Ballbesitzphasen hast, weil ein langer Ball von Schalke reicht, um dich wieder hinten reinzudrängen, weil einfachste Aufbaupässe nicht ankommen. Und ich glaube, das hat Hertha in dem Spiel halt das Genick gebrochen. Es war nicht die Offensive in dem Fall. Boah, aber ich fand auch ... Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich hatte das Gefühl, dass Schalke es auch sehr gut geschafft hat, was Hertha sonst gegen stärkere Gegner auch gut schafft, sie auf das Niveau herunterzuziehen, auf dem sie sich befinden. Total. Das Spiel war ja so zerfahren. Manchmal, da gab es einfach so, ich weiß nicht, zehn Kopfbälle am Stück, die wieder bei irgendjemandem gelandet sind, der den Ball auch nicht kontrollieren konnte und dann wieder beim nächsten und beim nächsten. Und man dachte, ich sag, guck ich mich überhaupt an. Also, jetzt gar nicht nur auf Hertha bezogen, sondern das Spiel war ja teilweise phasenweise so zerfahren. Und auch, also, ja, kein Wunder, dass Hertha es auch nicht geschafft hat, irgendwie das Spiel vernünftig aufzubauen, weil das hat auch Schalke irgendwie ganz gut, glaube ich, unterbunden und es geschafft, Hertha einfach auf ihr Niveau runterzuziehen. Nur haben sie dann am Ende halt einfach trotzdem noch fünf Tore gemacht. Puma, was hast du noch? Ich denke auch einfach, weil du meintest, dass es so ein durchschnittlicher Hertha-Spiel war. In der ersten Halbzeit, in der ersten. Eher, ja, genau. Ich glaube, es unterscheidet sich dennoch ein bisschen von den anderen Spielen und ist für mich auch wirklich die schlechteste Saisonleistung insgesamt. Weil auch wenn du gegen andere Mannschaften auseinandergefallen wirst, das sind Mannschaften, die Fußball spielen können und auch in sehr starken Phasen auf uns getroffen sind. Also ich denke da nur so an das Wolfsburg-Spiel zum Beispiel. Als sie zu uns kamen, haben die, glaube ich, die letzten neun Spiele nicht verloren. Davon die letzten sechs gewonnen. Und da hatten die ja ein Selbstvertrauen bis sonst wohin. Und das haben die bei uns ja auch dann konsequent ausgespielt. Aber es ist halt Schalke, ja. Und auch wenn du dich mit Schalke-Fans unterhältst, die sagen auch, das war jetzt kein genialer Spielplan, den die hatten. Oder das war nicht deren bestes Spiel diese Saison. Aber Hertha war einfach so brutal schlecht in der Defensive. Und da brauchst du gar nicht anzufangen, über irgendwelche Individuen zu sprechen, weil jeder versagt hat. Und das ist, glaube ich, nochmal so das Erschütterndste daran, dass Schwarz es halt nicht geschafft hat, die Mannschaft auf den Punkt vorzubereiten, da zu sein. Ja, ja. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der dieses Spiel eben auch nochmal erklärt ist und was nochmal eine größere Diskussion aufmacht, ist, wie schlecht dieser Karte auch zusammengestellt ist. Also das eine ist ja ein Trainer, der eine Mannschaft auf den Punkt einstellen muss. Und das sehe ich vollkommen. Natürlich. Also wir reden hier natürlich auch über Fehler und Scheitern von Sandro Schwarz. Das will ich gar nicht ausblenden. Aber es können ja Aspekte nebeneinander existieren. Und ich finde schon, dass diese Mannschaft, die ist natürlich nicht schlechter als die vom FC Schalke 04. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ich finde trotzdem, dass diese Mannschaft so, das haben mir die letzten Wochen nochmal so gezeigt, der Kader war schon vor Fredi Bobic wild. Aber Fredi Bobic kam ja mit der Erkenntnis, was daran wild war und was darin unausgegoren und schief war und hat nichts besser gemacht. Also es ist dann doch irritierend, wie stark auch Fredi Bobic über dieses Thema Mentalität gesprochen hat und es heraufbeschworen hat und gesagt hat, ja, Italien hat ja gezeigt, dass man nicht die besten Fußballer braucht, aber man braucht die mit der größten Mentalität und so wird Hertha spielen und die werden für das Trikot brennen. Nennt mir den einen Neuzugang, so ungefähr, der außer Kevin Prinz Boateng so ungefähr, und der läuft ja irgendwie nochmal auf einer eigenen Bahn, nennt mir den einen Neuzugang, der das verkörpert. An dieser Stelle wiederhole ich mich, Sandro Schwarz. Ja, natürlich. Ja, so, und ich glaube, wenn wir, also die Situation, dass der Trainer entlassen wird, ist selten Modo kausal zu erklären. Es ist selten nur ein Grund. Und ich glaube, in dem Fall ist es eben auch nicht so, dass es nur Sandro Schwarz war, sondern es ist eine Verkettung von Unzulänglichkeiten und eine große Unzulänglichkeit ist dann in dem Fall eben die Kaderplanung, die es einem Trainer auch nicht einfach macht, damit zu arbeiten. Und ich finde, dass wir ja darüber gesprochen haben, dass die Mannschaft irgendwann, also du hattest ja angesprochen, Puma, dass die Mannschaft, oder Sandro Schwarz, ein eigentlich eindeutiges Konzept hat. Dass man ihn dafür geholt hat, dass er sein taktisches Konzept umsetzt und mutigen Fußball spielt. Und wann war der zu sehen? Der war in der Hinrunde zu sehen, als man ein 4-3-3 spielen konnte mit einem Chidera Ijuke. Und es ist ein Armutszeugnis eines Kaders, dass es den Ausfall eines Flügelspielers braucht, damit alles zusammenbricht. Ja, und da kommen wir ja langsam zu den unerklärlichen Fragen im Prinzip. Also klar, es war der Ausfall, das kann man schon beobachten. Seit da läuft es spielerisch nicht mehr so. Auf der anderen Seite haben in der Hinrunde viele Sachen funktioniert. Das war die Viererkette, die ziemlich sicher stand. Also wir hatten ja auch immer noch das Torverhältnis auf unserer Seite. Lange Zeit hat der Hertha so ungefähr die sechstbeste Verteidigung nach Toren der Bundesliga. Wir hatten einen Sonjic, der funktioniert hat. Ja, wo wir auch immer gesagt haben, gut, das ist jetzt nicht der Marcelinho oder so. Klar, der wird uns jetzt nicht spielerisch irgendwie Bäume ausreißen. Aber der hat seine Aufgabe gemacht, ja. Und wir hatten Spiele, also klar, wir haben jetzt auch über so Niederlagen gesprochen, wo das im Endeffekt zwar schön war, dass wir noch mal gekämpft haben, aber im Endeffekt, klar, nach einem 0-3-Halbzeit-Rückstand ist es dann auch mehr oder weniger egal. Aber wir hatten eben auch andere Spiele, die wir von vornherein mitbestimmt haben. Das war so das Frankfurt-Hinspiel, das Freiburg-Hinspiel, das Main-Spiel, wo man schon gesehen hat, dass eigentlich eine gewisse Qualität auch vorhanden ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da haben wir einfach maximal überperformt. Ja, wir hatten auch, nicht zu vergessen, die besondere Situation mit Kai Bernstein, der zu der Saison kam. Und ich glaube, der bei vielen einen Hype ausgelöst hat und eine Euphorie, die es lange nicht mehr gab. Die hat uns sicher auch ein Stück weit getragen. Aber es erklärt dennoch nicht, was in dieser Winterpause mit dieser Mannschaft passiert ist. Ja, also ich glaube, ich glaube, die Hinrunde war spielerisch auch deswegen so, also Hertha-Verhältnisse, so gut und so mutig, weil es noch keinen Druck gab. Ja, du hast Spiele verloren, aber es war ja lange Zeit, der Tenor, das wird schon. So. Und es gab noch keinen Ergebnisdruck. Und mit diesem Gefühl ist man damals in die Winterpause gegangen, in die USA und dachte sich, ja, wie oft hat man gelesen und da nehme ich mich gar nicht raus, weil es den Eindruck damals gemacht hat. Aber auch die Verantwortlichen, und das ist dann ja das größere Problem, was die Öffentlichkeit wie sieht, das ist das eine. Aber die Verantwortlichen haben sich auch davon blenden lassen, Stefan Hermanns hatte jetzt auch einen Kommentar im Tagesspiegel, dass sich Hertha zu lange etwas vorgemacht hat. Die Verantwortlichen klangen ja auch alle so, ja, Abschiedskampf, damit werden wir nichts zu tun haben. Wir kennen zwar unsere Situation, aber da fehlen nur ein paar Prozent. Und dann holt man den ersten Sieg und dann holt man auch vier am Stück, so ungefähr, war der Tenor. Und dann kommt man aus dem sonnigen Florida zurück und spielt bei Dreckswetter in Bochum. Und Bochum spielt, wie Bochum spielt. und du liegst 1-0 hinten. Und dann haben die sich, glaube ich, komplett überfahren gefühlt und hatten ein ganz anderes Drehbuch im Kopf. Und dann ist schlagartig alles eingebrochen im Kopf, was in der Hinrunde noch für Mut gesorgt hat, war plötzlich der Grund für Instabilität, weil man sich plötzlich an nichts mehr festhalten konnte. Es hätte doch alles anders laufen sollen. Ich glaube, dass da ein so krasses, negatives Momentum geschaffen wurde. Und wie gesagt, das passiert ja nicht im Vakuum. Ich habe ja schon erklärt, dass das an der fehlenden, sie haben den Matthias Sammer halt nicht gehabt, den Mahner, der mal gesagt hat, Leute, wir brauchen ja mal Punkte. Also das ist schon aus sich heraus gekommen und da müssen sich viele Leute an die eigene Nase packen. Aber ich glaube, dass dann, wenn du in der Hinrunde keine Punkte holst und wenn du in den letzten Saisons immer wieder knapp dran vorbeigeschlittert bist und dann die ersten Niederlagen kommen und die kamen ja mit einer Wucht gegen Bochum, gegen Wolfsburg danach, ich glaube, das Spiel darauf war Union und dann Frankfurt, die erste Halbzeit. Da mussten sich viele ganz schön umgucken. Und du hattest eben nicht das Punktepolster, um dich davon, also wäre das jetzt beispielsweise wer der Bremen passiert, ist denen sogar, glaube ich, zum Anfang passiert. 23 sind sie, glaube ich, auch nicht so gut reingekommen, aber die hatten halt ihre Hinrunde mit dem Punktepolster und dann kannst du das mental wieder auffangen, weil du nicht so in den Panikmodus geraten musst. Ja, und dann führte eins zum anderen und Sandro Schwarz, um das, um da wieder anzusetzen. Er hat dann was verändert mit dem 3-5-2, was ja auch anfangs gefruchtet hat, auch mit den Siegen gegen Gladbach und gegen Augsburg. Aber was ein Stück weit auch die spielerische Identität verändert hat und nicht mehr mit demselben Mut gespielt wurde, gespielt werden konnte auch. Und ich glaube, dass Schwarz da Dinge machen musste, spielerisch, von denen er nicht zu 100 Prozent überzeugt ist, aber er halt pragmatisch sein wollte und musste. Und da ist es dann irgendwie, da hat dann die Überzeugung gefehlt und hat die Mannschaft immer weiter verunsichert. Und ein Punkt gegen Freiburg und eine knappe Niederlage gegen Leipzig sind halt trotzdem nicht die Mutmacher, um dann gegen Freiburg, äh, gegen Freiburg, gegen Schalke zu sagen, in Gelsenkirchen, ja, was denn, wir sind härter, in den letzten Wochen lief es gut, jetzt sollen sie mal kommen, sondern dann hat man eben kein Momentum für sich geschafft und an der Aufgabe ist dann Sandro Schwarz einfach gescheitert. Und das ist jetzt erst mal so meine Herleitung, was das Mentale da angeht. Ich hätte noch was, was ich durch, oder ein Problem, wo wir viele Beispiele, glaube ich, oder ich weiß nicht, kann mich, glaube ich, gar nicht an ein anderes Spiel in dieser Saison erinnern, wo das auch noch mal so extrem war und das waren einfach wieder die Standards. Es gab ja mehrmals Freistöße aus Positionen, die gut waren und die nicht im Ansatz gefährlich wurden. also, ja, wo man eigentlich, man kann das gar nicht glauben, dass die Profis dann aus so einer Situation nicht mehr herausholen können. Und es gab dann auch irgendwie in der ersten Halbzeit so eine Situation, da gab es erst einen Freistoß von Plattenhardt, der wäre vollkommen ungefährlich und der wurde dann, glaube ich, aber zu einer Ecke geklärt von irgendeinem Schalker und dann standen da Dodi und Richter und haben sich da erst Ewigkeiten beraten, wie sie jetzt diese Ecke ausführen und dann kam aber Plattenhardt dahin und dann dachte man, jetzt passiert sonst was und nachdem sie sich dann nach drei Minuten Beratung durchgerungen haben, diese Ecke auszuführen, war da gar nichts. Also, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und dass man dann in so einem Spiel und da waren viele Möglichkeiten, aus einem Standard was rauszuholen und das ist ja auch, was haben wir jetzt, wurde, glaube ich, in diesem Podcast auch wird, glaube ich, in jeder Folge thematisiert, dass es in dieser Saison gar nicht klappt. Auch interessant in dem Zusammenhang ist, dass wenn ein Standard mal abgenommen wird, der einzige Spieler Luca Tuzar ist, der den Ball mal aufs Tor köpfen kann oder in die Richtung Tor. Ich habe, glaube ich, in der Saison noch keinen anderen Spieler gesehen, der das gemacht hat. Und das ist, ja, spricht auch dafür und klar kann sich Schalke dann drauf einstellen und sagen, okay, alles, was 30, 40 Meter vor dem eigenen Tor passiert, wird weggefoult und dann haben wir die Situation geklärt. Ja, gegen Hertha kannst du dir all diese Fouls halt auch erlauben, weil du eben weißt, dass aus dem Standard eben nichts passiert. Bei anderen Mannschaften sagst du ja, wie blöd bist du, dass du kurz vor dem 16er foulst, jetzt kann Grifo mal wieder zaubern. Bei Hertha ist das relativ egal. Und wenn ich noch einmal in der TV-Übertragung hören muss, der Standardspezialist Marvin Plattenhardt widmet sich dieser Ecke oder diesem Freistoß, dann werfe ich irgendwas gegen die Wand, denn diesen Status hatte er eins, das sehe ich vollkommen ein und der hatte ihn ganz kurz wieder unter Felix Magath, aber mit der Quote, die er mittlerweile hat, darf er sich nicht mehr Standardspezialisten nennen, ist jetzt mal meine Meinung an der Stelle. Klar, und das ist etwas, aber auf der einen Seite kannst du dann sagen, auch darin ist das aktuelle Trainerteam gescheitert, wenn man sich die Standardstatistiken anguckt und auf der anderen Seite kannst du sagen, bis auf die eben benannte kurze Magath-Episode ist Hertha glaube ich seit drei Jahren die schlechteste Mannschaft mit Abstand bei Standardsituationen. Es zieht sich ja total durch, egal wer der Trainer ist, es zieht sich ja komplett durch und ich habe das Gefühl, dass der Kader mit jedem Jahr eigentlich eher nochmal an Lufthoheit und Kopfballstärke verliert. Also, die wird auch nicht Das hat Dada übrigens heute auch auf der PK gesagt, ne? Ähm, du hast ja noch diesen Notkauf mit Rochel gehabt, dass du dachtest, na gut, jetzt kaufen wir uns noch einen Kühlschrank und das wird alle Probleme lösen, aber überlegt man, als wir Zeiten hatten mit Niklas Stark, Bojata und Tibishevic, die da in der Box standen, so, das war eine ganz andere Präsenz. Jetzt stehen da, also, Kempf ist kein, offensiv kein Kopfballungeheuer, Marton Dada auf keinen Fall, ähm, Uremovic auch nicht, der hat manchmal so seine Laufwege, wo er in den Kopfball kommt, aber ist auch nicht gefährlich dabei, und ist insgesamt auch nicht der größte den Verteidiger und wie. Wobei Kempf schon eine gute Torquote hatte, oder? Bei Stuttgart, weswegen wir ihn ja auch geholt haben. Also, da hat auch eben Sousa die Standards getreten, aber ich glaube. Ja, das ist eben das Ding, du hast zum einen das Problem, dass du keinen hast, der gute Standards tritt, zumindest verlässlich, und du hast nicht die Abnehmer und gleichzeitig hast du auch defensiven Standardproblem. Also, es zieht sich ja eben auch durch. Ähm, und das hat auch das aktuelle Trainerteam nicht in den Griff bekommen. Das kannst du denen negativ auslegen auf der anderen Seite und gleichzeitig der weite Blick verrät halt, es haben viele nicht hinbekommen. Ähm, ich frage mich gerade, wie wir jetzt aus diesem Schalke-Spiel rausgehen, denn an sich haben wir ja schon viele, haben wir ja schon viele Thematiken dahingehend besprochen mit Kopfproblemen, Abwehrverhalten, offensiv, nur Stückwerk, ich glaube, das Schalke-Spiel war einfach der, 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 in dem Fall Tiefpunkt, nicht der Höhepunkt, der alles, alle Defizite dieser Mannschaft unter dem aktuellen Trainerteam zumindest nochmal fast schon dramatisch offengelegt hat. So, und dann geht diese Partie halt aus, wie sie ausgeht und das ist so ein typisches letztes Spiel eines Trainers, würde ich sagen. Also, du hättest es, glaube ich, beziehungsweise anders, ähm, gehen wir mal chronologisch vor, Puma, wie, was war dein Gefühl nach dem Spiel, hättest du dir vorstellen können, dass man, nachdem es die treue Schwüre in den letzten Wochen ja gab, hättest du dir vorstellen können, dass sich die Verantwortlichen auch dafür entscheiden, mit Sandus Schwarz weiterzumachen? Ja, eindeutig ja, ähm, weil der Zeitpunkt wirklich ein sehr ungünstiger ist für so einen Trainerwechsel, ähm, das war jetzt die aller, allerletzte Ausfahrt, die man dafür nehmen konnte, ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, man hat den richtigen Zeitpunkt verpasst, ähm, was aber er dafür gesprochen hat, okay, wir halten an Schwarz fest und gehen auch zusammen in die zweite Liga, und das hätte ich sogar verstanden, ähm, deswegen hätte ich es mir auch vorstellen können, dass man jetzt nach dem Ergebnis noch mit ihm weitermacht und sagt, okay, komm, wir hauen noch mal alles rein, probieren es noch mal mit Jugendspielern oder wie auch immer, ähm, und wenn nicht, gehen wir halt zusammen runter, auf der anderen Seite haben wir in den letzten Wochen auch viel über die Finanzen gesprochen und was die Konsequenzen eines Abstiegs wären, ähm, und ich, ja, was allerdings insgesamt wieder ein schlechtes Licht auf Hertha wirft, weil, ähm, das so ein bisschen den Eindruck auf mich macht, als ob die Verantwortlichen sich erst jetzt bewusst werden, in was für einer Lage man wirklich steckt, als hätte man es oder über die Hinrunde so verpasst, sich darüber Gedanken zu machen, sonst hätte man meiner Meinung nach, ähm, Schwarz eben auch schon früher entlassen müssen. Hm, also, glaube ich tatsächlich nicht, ich glaube, dass, dass die Verantwortlichen, die aktuellen, manche davon sind noch gar nicht so lange da, in einem sehr unbequemen Spannungsverhältnis stehen zwischen diesem Verein unbedingt in der ersten Liga halten zu müssen, aufgrund der finanziellen Situation und Abstiege stellt man sich immer ein bisschen romantischer vor, besonders Herthana haben da, glaube ich, eine verklärte Sicht drauf, weil man zweimal direkt wieder hochgekommen ist, das ist ja aber keine Garantie dafür, dass es nochmal klappt, ähm, das heißt, das kann auch das Ende von vielen, von vielem sein, ähm, also du hast die, du hast die absolute Verpflichtung als Vereinsverantwortlicher, Verantwortlicher von Hertha BSC, alles dafür zu tun, damit dieser Verein in der ersten Liga bleibt und dieses Schalke-Spiel war, wie es war, aber die Tabellensituation, die ist nicht aussichtslos, das, das muss man tatsächlich einfach mal so festhalten, wenn man sich die, das jeweilige Restprogramm der Mannschaften anguckt und, äh, die Situation, dass, ich lass mich nicht lügen, wie weit ist der Tabellenplatz 16 gerade entfernt, zwei Punkte, so und Schalke und Stuttgart stehen jetzt auch keine Übermachten da, klar, Stuttgart, da geht's gerade bergauf mit Hoeneß, aber, ne, das heißt, ähm, es liegt im Bereich des Machbaren und ich glaube, dass der Impuls jetzt gar nicht so verkehrt ist und was ich eben sagen wollte, Thema Spannungsverhältnis, das andere Ende ist, dass Hertha es unbedingt mal schaffen wollte, Kontinuität auf der Trainerposition zu schaffen und den Gedanken kann ich verstehen, denn du kommst ja, das haben wir hier schon oft benannt, du kommst ja aus diesem ätzenden Hamsterrad nicht heraus, wenn du immer wieder einen Feuerwehrmann holen musst und das ganze Spiel von vorne losgeht. Ich verstehe, dass man mit Sandro Schwarz so lange weitermachen wollte, weil auch das Binnenverhältnis gestimmt hat, ähm, wie es nur irgendwie geht, um am Ende sagen zu können, wir haben es wirklich versucht und sind nicht beim ersten Einbruch, denn das hätte man ja auch machen können, sind nicht beim ersten Einbruch zusammengezuckt und haben vorschnell oder aktionistisch gehandelt, weil das Geschäft eben so ist und ich glaube, du hättest, egal welchen Zeitpunkt man gewählt hätte, hättest ein Für und Wieder gegeben, so, aber jetzt ist auf jeden Fall der letztmögliche Zeitpunkt, so würde ich es formulieren. Anna, ich weiß nicht, wie war denn dein Gefühl? Hättest du dir vorstellen können, mit Schwarz weiterzumachen oder war für dich nach dem Spiel oder schon während des Spiels relativ klar, egal, wer die Alternative ist, es muss jetzt Plan B her? Äh, ich sehe es so ähnlich, so ähnlich wie Puma, ich hätte es mir auch vorstellen können, auch mit Streich in die zwei, äh, mit Streich sag ich schon, mit Schwarz in die zweite Liga zu gehen, nee, weil ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Sandro Schwarz unser Christian Streich wird, so, mit dem es einfach funktioniert, also, wo es einfach im Verein funktioniert und wo man halt sagt, und wo es auch mit der Mannschaft funktioniert und wo man halt sagt, gut, diese Saison, da reicht's nicht, weil die Leistung bei den Spielern, also im Kader, die ist nicht da, da ist nicht, da kommt nicht mehr und wir haben jetzt schon den Trainer, der das Maximum rausholt und der passt zum Verein und dann steigen wir halt mit ihm ab und hoffentlich in der nächsten Saison wieder auf oder dann ansonsten eben in der übernächsten, aber da haben wir wenigstens die Kontuinität und, ähm, halt auch die, die Hoffnung da drauf, dass man halt dann mit dieser Konstanz dann in der nächsten Saison einen Kader aufbauen kann, der, ähm, eben mehr zu seinen, mehr zu seinen Vorstellungen passt und dass es dann einfach wächst, so, weil ich glaube, das ist ja eigentlich auch der nachhaltige, langfristige Weg, den man auch gehen wollte und warum man wahrscheinlich so lange an ihm festgehalten hat und ich bin eigentlich nur froh, also ich meine, ich bin nicht im Ansatz dazu in der Lage, aber ich bin froh, dass ich keine der Verantwortlichen bei, äh, im Verein bin, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie, wie ich diese Entscheidung getroffen hätte, weil, ja, ich meine, wahrscheinlich am Ende hätte ich genauso entschieden, denn genau, es war jetzt nämlich nicht nur das Ergebnis der ausschlaggebende Punkt, sondern vor allem, dass die Leistung einfach nicht mehr da war, also wie oft haben wir in dieser Saison unglücklich verloren, wie oft war ein Spiel gut, aber es war das Ergebnis, kam nicht, die Punkte kamen nicht, aber in diesem Spiel kam ja gar nichts mehr, das Ergebnis war Grotte, das Spiel war Grotte, alles war schlecht und wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann, ja, musst du halt irgendwie auf ein Wunder hoffen und du nimmst halt in Kauf, dass du so in Liga 2 gehst und ich kann verstehen, dass man in Position eines Hertha-Verantwortlichen sagt, nein, das können wir uns nicht leisten, wir müssen jetzt mit allem, was geht, irgendwie versuchen, die Klasse zu halten und ich habe sogar schon so viel darüber nachgedacht, welche Möglichkeit es gegeben hätte, irgendwie Schwarz quasi noch irgendwie dabei zu behalten in irgendeiner Option, dass der noch nicht ganz weg ist, aber man noch irgendwie, ich weiß auch nicht, ach, keine Ahnung, ich hoffe, der kommt noch mal irgendwann wieder, ich weiß nicht, irgendwie, der hat mich richtig euphorisiert. Da hätte ich jetzt gleich übergeführt, tatsächlich, was dann am Ende bleibt, aber, Benni Weber hat ja gesagt, warum es am Samstag so lange gedauert hat, ist, weil man ja diese Option, Sandro Schwarz ernsthaft besprochen hat und wenn man sich jetzt für Sandro Schwarz entschieden hätte, hätte man sich auch für den Gang in die zweite Liga mit Sandro Schwarz entschieden, und dass das ernsthaft diskutiert wurde, finde ich erstmal gut, so, das finde ich erstmal gut, ich glaube, dass das Vertrauen und das Verhältnis bis zum Ende gut war, wie gesagt, da reden wir ja auch gleich drüber, was das für ein Abschied ist, aber, und wenn Hertha finanziell nicht so in der Bredouille wäre, wie es so ist, würde ein Abstieg eventuell weniger wehtun und dann könntest du es irgendwie verkaufen, vielleicht mit Sandro Schwarz weiterzumachen, aber in Hertha-Situation ist ein Abstieg finanziell eine Vollkatastrophe und du kannst auch mit Pal Dardai absteigen, das ist ja nicht so, dass du es jetzt einfach abgewendet hast, das kann ja passieren, aber du musst, du musstest nochmal irgendetwas tun, und das mag für manche aktionistisch wirken oder ähnliches, aber am Ende des Tages bist du es den Mitgliedern und so weiter, den Mitarbeitenden auch schuldig. Du wirst irgendwie immer leiser bei mir, Marc. Ja, weil ich hier, weil ich relativ laut eingestellt bin, muss ich hier ein bisschen gegensteuern, dass ich auf der Spur dann nicht zu laut bin. Ist ein bisschen gefricke hier gerade, aber passt schon. du bist es den Mitarbeitenden, du bist es den Fans, du bist es den Mitgliedern, bist du schuldig, da alles zu versuchen und da triffst du leider immer einen Blöden. So, in der, in dieser, in diesem Fußballmechanismus und ähm, ja, so, dann würde ich sagen, reden wir nochmal darüber, was, was, was bleibt denn für euch aus der Ära Sandro Schwarz nach 28 Spieltagen und einem Pokalspiel? Ähm, Puma, vielleicht fängst du hier an, was, was, was bleibt am Ende? Oder bleibt überhaupt etwas? Oder was ist dein, wenn du auf Sandro Schwarz zurückblickst, jetzt nur als Individuum, was bleibt da hängen? Also, als Individuum, ähm, haben wir eine super Persönlichkeit in diesem Verein gehabt, der, oder von dem man schon überzeugt war, dass er von Tag 1 auch alles für diesen Verein geben möchte. Ähm, man hat schon mit seiner Verkündung, dass er zu uns kommt, gemerkt, was für ein Charakter das ist, weil er eben aus einer nicht einfachen Situation in Russland kam und man dort schon mitbekam, wie er mit dieser Situation umgegangen ist und mit seinem Team. Ähm, und mit dieser, ja, mit diesen starken Charaktereigenschaften kam er zu uns und hat von vornherein auch, ähm, mit seiner menschlichen Art überzeugt. Ja, auf den PKs immer einen ehrlichen Eindruck gemacht, ist jetzt niemand, der irgendwie mit Phrasen um sich geschmissen hat, ähm, sondern ziemlich nüchtern die Tatsachen analysierte und, ähm, leider muss man sagen, sportlich betrachtet wird nicht so viel davon bleiben, sondern für mich ist es hoffentlich eher das Ende einer, eines ganz dunklen Abschnittes bei Hertha BSC, der damals mit dem Einstieg von der Tenor Group, ähm, begonnen hat und jetzt hoffentlich mit dem Abschied von Erstbobitsch und seinem letzten Überbleibsel sozusagen mit Sandro Schwarz in dem Falle dann auch beendet ist, passt dann auch dahingehend so ein bisschen, dass wir dann mit Paul Dardai weiter machen wollen beziehungsweise zurückgehen möchten und, ähm, das Ganze ein bisschen, ja, umbrechen möchten. Anna, ich leite zu dir über. Ja, Puma hat es für mich auch schon eigentlich ziemlich perfekt zusammengefasst, die, äh, ich habe auch noch mal genau darüber nachgedacht, wie wir vor der Saison, dass das so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, es wurde kritisch beäugt, dass Sandro Schwarz noch relativ lange in Russland geblieben ist im Vergleich zu anderen Spielern, äh, und Trainern, die dann sofort nach Deutschland oder, äh, andere europäische Länder zurückgekehrt sind und, dass teilweise so, so Sandro Schwarz Aussage, er will seine Mannschaft nicht im Stich lassen, so ein bisschen, äh, als, ja, man hat sich schon gefragt, ist das wirklich glaubwürdig äh, oder ist das nicht vorgeschoben und so wie er sich in, in Berlin hier, wie man ihn kennengelernt hat, ähm, von, von, von dem Außeneindruck, glaube ich davon, jedes Wort, äh, also, das kaufe ich ihm komplett, komplett ab und ich glaube, da, ja, da merkt man, was er für ein, für ein Charakter ist und ich fand ihn auch kommunikativ immer sehr stark, äh, das hab ich auch, äh, sehr, sehr geschätzt und, nee, ich fand auch, er war irgendwie, so ein, ja, irgendwie auch ein Teil der Mannschaft, nicht wie ein Spieler ein Teil der Mannschaft ist, aber halt nicht jemand, der so sehr weit weg in irgendeiner Distanz zu denen steht. Nicht wie ein Felix Maggert. Ja, genau, genau, ähm, und, ja, nee, also ich werd den vermissen. Ja, ich glaube auch, dass man, rein menschlich hat man da einen Faustpfand verloren, ähm, sowohl was die Außenwirkung angeht, als, als auch das, was ich im Verein gehört habe, ist, muss das ein überragender Typ sein, überragender Mensch, der, glaube ich, wenn er sich einem Verein verschreibt, sich auch den, also, nicht dem Sportlichen nur verschreibt, sondern den Vereinswerten, der hat Hertha schon gelebt und ich glaube, der wollte Teil dieses neuen Prozesses sein, das hat ihn gereizt, etwas Neues zu schaffen im, im Miteinander, im Umgang, das sind ja auch Wörter, die er immer wieder genannt hat, ne, dass es da einfach stimmen muss, ich finde, dass es da eine Warmherzigkeit gab, die es lange nicht mehr gegeben hat, ähm, wirkte wie ein sehr leidenschaftlicher, sehr integrer Mensch, finde ich, ähm, der eigentlich menschlich alles hergegeben hat, um hier lange zu bleiben, also ich glaube, daran wäre es niemals gescheitert, so, der hätte es sich nicht mit wem verkracht oder er hätte einen Ego-Trip durchgezogen oder sonstiges, was man aus diesem Geschäft manchmal kennt, daran wäre es nie gescheitert, das ist einzig und allein am sportlichen Ertrag gescheitert, ähm, ich fand ihn auch kommunikativ immer sehr stark, manche Menschen fanden ihn ein bisschen, ähm, ein bisschen langweilig, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schlaftabletten mäßig, aber ich mochte seine, also zum einen finde ich, übersieht man, dass der Mann ordentlich Humor hat, an der Stelle, fand ich immer wieder gut, also ich erinnere mich immer wieder an die Szene, wo er nach dem Hinspiel gegen Augsburg, ich glaube, das war das Hinspiel, ähm, wurde Augsburgs Trainer zur DFB-Pokal-Auslosung befragt und Hertha schon ausgeschieden, ähm, fragte Sandro Schwarz, und wen haben wir bekommen, ganz trocken, und ist dann so der Einzige, der sich so richtig beömmelt auf der PK, aber kurz auch wirklich sich fangen muss, also glaube ich, ein ultra sympathischer Mensch, ähm, dass der diesen Verein geschätzt hat und, äh, in der Kommunikation finde ich, ich mochte dieses Sachliche einfach, also in einer Medienstadt wie Berlin, in der jedes Wort von einem Trainer auf die Goldwaage gelegt wird und man sich so schnell etwas verscherzen kann, sich verbrennen kann und so weiter, wo Aussagen, Fetzen irgendwo landen und auseinandergenommen werden, das hat sich Sandro Schwarz nicht einmal geleistet in dieser Zeit und dass es so lange ruhig geblieben ist im Verein und es so lange Unterstützung aus der Kurve gab, das lag zum einen an Karl Bernstein, bestimmt, es lag aber zum anderen auch an Sandro Schwarz und wie ist er, wie oft hat Sandro Schwarz auch über die Fans gesprochen, wie oft haben sich Fans von ihm gesehen gefühlt, weil er es entweder die Kurve angesprochen hat, die Unterstützung, die Stadionstimmung oder er auf irgendwelchen Vereins-Events, beispielsweise diesem Weihnachtsmarkt oder als er und sein Trainerteam, glaube ich, eine Kinderkrebsstation, lass mich nicht lügen, besucht haben, auch in der Weihnachtszeit, da gibt es sehr viele Geschichten in die Richtung und menschlich tut mir das bei aller auch journalistischen Distanz, am Ende geht es ja in diesem Geschäft auch um Menschen, tut mir das total leid. Man darf ja auch nicht vergessen, wie die Stimmung vor einem Jahr war, etwa, was Mannschaft und Fans angeht. So, und dann siehst du, wie Anna das Bild schon beschrieben hat, wie er gegen Leipzig auf die Fans zuläuft und nochmal dieses Band zwischen Mannschaft und Fans stärken will, indem er die auffordert, nochmal Stimmung zu machen, um diese Energie zu transportieren und manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass ich mir denke, ey, es hätten ein, zwei Steinchen in eine andere Richtung rollen müssen in der Hinrunde und man hätte vielleicht ein Momentum geschaffen, wo man sich das Polster erarbeitet hätte, um zumindest drin zu bleiben und mehr war der Auftrag ja eigentlich nicht, an Sandro Schwarz erstmal drinbleiben und schon mal ein anderes Gefühl entwickeln und einen anderen Spielstil zu etablieren. Viel mehr war es da nicht und ich glaube, es hat nicht, an manchen Punkten hat nicht viel gefehlt, bin ich relativ von überzeugt, das ändert nichts am Endergebnis, aber es hat nicht viel gefehlt. Aber gut, die Zeit von Sandro Schwarz ist damit vorbei, dass er den Verein und die Fans schätzt, hat er ja nochmal mit dem offenen Brief bewiesen an die Fans, auch das ist alles andere als selbstverständlich, ich kann mich an kaum ein Beispiel erinnern in der jüngeren Zukunft, wo es sowas mal gegeben hat nach einer Trainerentlassung und jetzt steht da ein alter Bekannter. Ich würde, Fuma hatte ich zwei Fragen, dir zwei Fragen stellen, vielleicht erstmal die erste nur, hättest du dir auch eine andere Konstellation als Pal Dardai vorstellen können, ob das jetzt ein Markus Gisdol ist oder man den Weg mit Oliver Reis, dem U19-Trainer, gegangen wäre, wären das für dich qualifizierte Lösungen gewesen? Ganz klar nein. Also man hat ja auch gehört, dass 777 wohl einige externe Lösungen in den Raum geschmissen hat. Eine externe Lösung wäre für uns jetzt aus mehreren Gründen nicht der richtige Weg gewesen. Zum einen hätte es immerhin trotzdem ein deutscher Trainer sein müssen, ein deutschsprachiger Trainer, in meinen Augen. Zum anderen ergibt das finanziell keinen Sinn, einen externen Trainer zu holen nur für diese sechs Spiele. Das macht kaum einer mit. Und wenn, dann nur mit einer hohen Nicht-Abstiegsprämie. Und der dritte Grund ist, dass wir eben kaum Zeit haben. Und jeder neue Trainer muss sich erstmal ein Bild von der Mannschaft machen, ein Bild aus den vergangenen Wochen machen. Da ist nicht jeder auf dem Laufenden. Und Paul ist, der kennt den Verein in- und auswendig. Ja, und weiß genau schon jetzt in etwa, wo er ansetzen muss. Natürlich wird er jetzt, wie er auf der Pressekonferenz gesagt hat, noch viele Gespräche mit den Spielern führen und Einzelgespräche führen und sich selbst ein Bild von der mentalen Verfassung auch machen. Natürlich auch von der sportlichen. Nichtsdestotrotz braucht er jetzt keine lange Anlaufzeit. Und das ist auch daher der richtige Schritt für mich, weil ein Jugendtrainer, wie zum Beispiel Reis, den kannst du in solch einer Situation eher nur verbrennen. Glaube ich auch, ja. Ich finde das interessant, den für eine potenzielle zweite Liga im Blick zu haben, weil er jetzt auch wirklich gute Arbeit leistet. Aber das Risiko ist zu hoch, dass du eben doch sang- und klanglos absteigst und dann nur einen Trainer verbrannt hast, in dem wirklich noch viel Potenzial steckt. Insofern ist Dardai für mich die einzige logische Konsequenz. Was war deine erste Reaktion, Anna, als es dann ja erst die Medien berichtet hatten und dann ein paar Stunden später es dann offiziell war? Ich weiß gar nicht, meine erste Reaktion oder ich weiß nicht, aber erstmal habe ich gar nichts gedacht, weil ich habe nicht damit gerechnet, weil ich hätte nie gedacht, dass Dardai sich das nochmal antut. Da hätte ich auch in der Konstellation, wie es jetzt gerade ist, hätte ich nicht gedacht. Ich bin aber irgendwie froh drum, jetzt so nochmal mit 24 Stunden Abstand und auch mit der Pressekonferenz heute, wenn ich mir die angeguckt habe, weil also erstmal alle Vorteile, die Puma gerade schon aufgezählt hat, aber auch, dass ich mir halt denke, hätten wir jetzt jemanden geholt, mit dem wir die Klasse halten, dann hast du irgendwie keine Argumente, warum du nicht mit dem in die nächste Saison gehst. Und dann hast du wieder einen Trainer. Das Michael-Fronzek-Problem. Ja, dann hast du einen Trainer, der quasi jetzt irgendwie in den letzten sechs Spielen es geschafft hat, die Mannschaft nochmal richtig heiß zu machen für diese letzten Meter, der die dadurch geschafft hat, oder der es dadurch geschafft hat, die Klasse zu halten, aber der doch eigentlich schon wieder auch keine langfristige Option ist. So, und mit Pahl, das ist klar, der rettet diese Mannschaft jetzt irgendwie bis zum Ende der Saison und welche Liga auch immer. so, und dann wird neu geplant. Und dann gibt es vielleicht hoffentlich, weil auch wenn wir jetzt gerade kurzfristig denken müssen, müssen wir trotzdem langfristig auch gleichzeitig, muss man denken, dann gibt es dann wieder jemanden, der hoffentlich eine langfristigere Lösung werden kann, ohne, dass der einem dann auch noch wieder Geld kostet. Denn wenn wir jetzt jemanden holen oder geholt hätten, der jetzt die letzten sechs Spiele und dann die ersten sechs Spiele der nächsten Saison macht, dann hat er auch wieder einen Vertrag, der noch irgendwie, der kriegt dann eine dicke Abfindung oder ich weiß nicht, wie lange noch gehalten, dann hast du schon wieder irgendjemanden auf der Payroll, der aber nichts mehr für den Verein leistet. Und auch das, dieses Problem hat man dadurch jetzt auch umgangen. Und überhaupt, ich bin auch froh, dass jetzt kein Investor da reinquatschen konnte oder sich zumindest der Eindruck darstellt, dass der Trainer, der jetzt gekommen ist, vom Investor vorgegeben wurde. Sondern das ist klar, der ist aus dem Verein und wie er sich da auch in der Pressekonferenz direkt hingesetzt hat und gesagt hat, ja, eure erste Frage wird sein, warum mache ich das? Warum tue ich das? Warum tue ich das meiner Gesundheit an? Und ja klar, da hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das habe ich mich gefragt. Ja. Und das ist aber auch der Einzige, der das mir glaubwürdig verkaufen kann. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Nummer, ist, welcher extern dazugeholte Trainer würde jetzt, also wir müssen uns vorstellen, wir haben über das Bann zwischen Fans und Mannschaft gesprochen, was lange gehalten hat und dann kommt das Schalke-Spiel und die Auswärtsfans und viele Ultras legen das Banner nieder und gehen vorzeitig. Das ist ein ganz klares Signal, weil das quasi nie passiert. Jetzt wurden nicht die Trikots eingefordert, wie nach dem Derby gegen Union, aber es ist ein deutliches Zeichen der Kurve, dass es so nicht weitergeht. Das heißt, die Stimmung könnte kippen. Und die Stimmung ist eine der wichtigsten Güter im Abschiedskampf. Du musst Ruhe bewahren, du kannst dir nicht Nebenbaustellen aufmachen, du kannst dir nicht wieder, es könnten nicht wieder Fans aufs Trainingsgelände kommen, um das mal bildhaft zu beschreiben. Das heißt, du hast jetzt auch den Auftrag, das Umfeld mitzunehmen. Und welcher extern dazugeholte Trainer hätte das jetzt geschafft? Da gibt's keinen. Würde ich jetzt einfach meine These antreten, dass es da keinen gibt. Man muss sich das nur mal anschauen. In der sportlichen Situation ist heute das Spiel gegen Bremen so gut wie ausverkauft. Gut, das liegt auch an knapp 20.000 Bremern. Das muss man auch sagen. Aber ich glaube auch, dass Pal Dada in Pana Fans in Stadion lockt, so ist es nicht. Also das ist halt das eine, dass ich glaube, du hättest da niemand anderen als Pal Dada hinstellen können, um auch die Stimmung sofort wieder aufzufangen. Und da nichts in Bruch gehen zu lassen, Zubruch gehen zu lassen. Das andere ist, warum tut sich das Pal Dada an? Ich glaube, dass da ein langer Prozess dahinter steht. Denn wir reden über denselben Mann, der zwischendurch von Friedi Bobic sehr unsanft gehen gelassen wurde. Der in der Zeit unter Friedi Bobic, das habe ich ja auch nochmal drüber nachgedacht, der war in der Zeit wahnsinnig dünnhäutig und gereizt, der hat sich aufgerieben und wir wissen aber mittlerweile, woran das liegt, weil fast alle, die mit Friedi Bobic beruflich zu tun haben in diesem Verein und die er nicht selber geholt hat, sich an ihm aufgerieben haben. Kai Bernstein, Arne Friedrich und Co. So. Und das ist halt das eine und das andere ist, dass es derselbe Pal Dada ist, der vor nicht allzu langer Zeit noch ein Werbevideo für Kai Bernsteins Gegenkandidaten Steffel gemacht hat. Aus dem Nichts und sich vom Ballaton gemeldet hat und meinte, ey, Steffel steht für Aufbruch, der ist ein guter Mann, wählt den mal. Aus dem Nichts. Wie gesagt, das Thema will ich nicht mehr komplett aufmachen und wer dahinter steckt, ist ja auch alles egal, aber Pal Dada wirkte in einer ganz kurzen Zeit eigenartig krass distanziert von diesem Klub und so sehr, dass die Tür für immer zu gewesen wäre. Mich hat der Satz deswegen auch, der hat mich aufhorchen lassen, als er gesagt hat, ich wäre im Sommer ohnehin zurückgekehrt. Zumindest in die Akademie und ich glaube, dass Kai Bernstein, also diese Personale steht symbolisch für zwei Dinge. Das eine ist, Triple Seven hat hier nicht die alleinige Entscheidungsmacht, wie es gerne dargestellt wird. Hertha kann sehr wohl eigene Vorschläge machen und die auch durchbringen. Triple Seven ist ein Berater, vielleicht ein meinungsstarker Berater, aber ist nicht Chef im Laden. Ich glaube, dass das ein ganz symbolisches Personal, der dafür ist, dass sich Hertha durchsetzen kann. Das war sehr wichtig. Ich glaube, denn mit Markus Gießdohl, der mit Johannes Spors zusammengearbeitet hat, der bei Triple Seven ja arbeitet, das hätte ein ganz ekliges Narrativ für Hertha und für Kai Bernstein und Co. ergeben. So kann man aber sagen, es wurde sich aktiv und selbstbewusst für den Berliner Weg entschieden, der in den letzten Wochen und Monaten schon vorbereitet wird. Das ist das eine und das andere ist, dass das für die Versöhnungskultur eines Kai Bernstein ja auch wichtig ist. Relativ zu Beginn seiner Amtszeit hat er gesagt, wir müssen lernen zu verzeihen. Und es sind nicht mehr die gleichen handelnden Personen bei Hertha BSC, die dafür gesorgt haben, dass Paldada gehen musste, aber es ist trotzdem das abstrakte Konstrukt Verein, was dafür gesorgt hat. Und da aufeinander wieder zuzugehen, ich meine, es war auch eine Zeit lang so, dass Paldada nicht mehr gekommen ist und zuletzt war er, glaube ich, bei jedem Spiel, auch gefühlt bei jedem Jugendspiel, gut, sein Sohn spielte auch, aber er war wieder präsenter. Er und Kai Bernstein wurden zuletzt auf der Tribüne sich umarmt gesehen. Da hat es einen Versöhnungsprozess offensichtlich gegeben und eine Aussprache und dann ist es eben so, dass Paldada für diesen Verein da ist. Weil jetzt wieder andere Personen da sind, weil er wieder eine Wertschätzung, glaube ich, dann auch spürt. Und da Fredi Bobic hat er die nicht gespürt. Also das ist, glaube ich, der Punkt, dass dann Paldada auch die Reserven hat zu sagen, mein Verein braucht mich. Unter anderen Umständen wäre das, glaube ich, nicht passiert mehr. Und das muss man ja sagen, ist so, 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 ein Satz dazu noch, so schlimm diese Situation ist, stellt euch diese gesamte Situation ohne die Option Paldada vor. Wenn Paldada jetzt nicht da gewesen wäre, wenn Paldada ständig nicht da gewesen wäre, will ich nicht wissen, wo Hertha BSC stünde oder in Zukunft stehen könnte. Ja. Es gab ja auch relativ kurz nach der Bobic-Anlassung ein, zwei Interviews mit Dada unabhängig jetzt von der ganzen Thematik bei Hertha tatsächlich, wo man schon das Gefühl hatte, er positioniert sich auch wieder vorsichtig. Also man hat schon gemerkt, okay, dieser, diese Personalie Bobic ist da einfach ein entscheidendes Kriterium. Und das gibt's jetzt so nicht mehr. Und, ähm, ich bin auch der Meinung, dass ein Dada deswegen die logische Konsequenz ist, weil er nun mal in den letzten zehn Jahren der sportlich, äh, ja, sportlich erfolgreichste Hertha-Trainer war. Und da waren Klinsmann, Labbadia, und Schovic Schavs versucht, ähm, keiner konnte es so wie Pahl am Ende. Und deswegen ist es auch jetzt vernünftig, mit dem Besten quasi diese letzten sechs Spiele nochmal anzugehen. Auch Magath hat nicht, ähm, so erfolgreich gespielt. Ja, Magath hat sich zum Ende hin eingerissen. Der hatte, glaube ich, einen ganz guten Schnitt, aber, ähm, naja, es ist halt, genau, es ist der punktlich nicht der beste Trainer der letzten Jahre, es ist der, der am wenigsten Eingewöhnungszeit braucht, es ist der, der das Umfeld am besten mitnehmen kann, es ist der, der zum einen den Feuerwehrmann geben kann, weil er das schon eindrucksvoll bewiesen hat und zum anderen trotzdem für den Berliner Weg steht und auch eventuell, ich stelle es nicht in den Raum von wegen, das wird so passieren, aber, wenn Anna sagt, man muss sich auch langfristig Gedanken machen, jetzt wurde gesagt, also, Paldada hat ja selber gesagt, es ist bis Sommer der Plan und dann geht er in die Akademie. Er hat aber auch gesagt, immer nur bis zum nächsten Pass denken und wer weiß, was denn passiert, so ungefähr. Also, ich würde nicht ausschließen, dass man sagt, ey, Pald, wir brauchen dich einfach, wir kriegen es doch nicht besser hin. Wir kriegen es doch nicht besser hin, Pald, mach es doch gerne, führe unsere Jungen nochmal an, geh diesen härter Weg, denn das ist ja auch das, was er auf der Pressekonferenz, um auf die vielleicht überzuleiten, gesagt hat, das fand ich interessant, dass er, bevor er alles andere gesagt hat, mit der Verein braucht mich und das ist eine sportlich brennzliche Situation, die erste Sache, die er gesagt hat, die ihn motiviert, diesen Job anzunehmen, ist, dass er die erste Mannschaft wieder sexy für die Eigengewächse machen will, dass er, dass es ihm wehtut, dass er sein halbes Leben für diese Akademie, diese Akademie gewidmet hat und jetzt zahllose Jugendspieler den Verein verlassen und dass das nicht geht und dass er das hinbekommen will und dass er Mut, also, dass er gar keine Zweifel daran hat oder, wie soll ich das sagen, sich nicht scheut, Eigengewächse auch reinzuwerfen, dass ihn, das war auch früher aber dieses Zitat, wenn er irgendwie den nächsten 17-Jährigen reingeworfen hat und er gesagt hat, Eigengewächse bei Hertha haben mich noch nie enttäuscht, so und er jetzt ganz trocken plötzlich einen Ibrahim Maser als mögliche Lösung für die 10er-Position reinwirft, so, das ist auch ein Paar da, der denn da verschmitzt ein bisschen ein paar Dinger raushaut, das wissen wir alle, aber ich fand's interessant, dass das das allererste ist, was er als Motivation angeführt hat, um diesen Job zu übernehmen und dass das vielleicht auch ein Vorgeschmack darauf ist, was wir in den nächsten Wochen erleben könnten, Thema Derry Sheerhan, Thema Nankam, Thema Marton Dardai und Co. Zumal, seien wir mal ehrlich, könnten wir uns für die nächste Saison einen anderen Trainer wirklich leisten, der jetzt nicht aus dem Jugendbereich kommt? Boah, da stecke ich nicht zu dem. Also, wenn man die Aktion Dardai hat, meine ich, sollte man dann ernsthaft darüber nachdenken, Geld für einen anderen Trainer auszugeben? Ich weiß aber nicht, ob Dardai jetzt so viel günstiger ist. Ich meine, der kennt ja auch seinen, der hat ja eine gute Verhandlungsposition. Also, ich meine, der wird jetzt härter nicht ausnehmen wollen, aber nichtsdestotrotz, der braucht sich auch nicht unter Wert verkaufen. Aber hat der nicht auch auf seine Abfindung verzichtet? Nee, 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 der hat eine Abfindung bekommen und zwar eine gute. Also, ja, ist ja alles Fahndungssache und alles legitim, aber ja, also, ich glaube auch, dass Paul Dardai, der wird auch ganz okay verdienen, aber, ähm, soll er ja auch. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch, also, ich wollte es zumindest mal angesprochen haben, weil das ja auch für manche Leute im Raum steht, ist der Mann auch was für die zweite Liga und so weiter. Da steht jetzt erstmal eigentlich nicht im Raum. Das Wichtigste sind ja jetzt sechs, beziehungsweise acht Spiele. So, wenn die Relegation gelingen sollte, sind es acht verbleibende Spiele. Ähm, den Eindruck, den er auf der Pressekonferenz gemacht hat, war für mich, er will jetzt gar nicht unbedingt den Gute-Laune-Bär spielen. Das war Paul Dardai. Es war einfach Paul Dardai, der gar nicht irgendwen was vormachen will, der auf manche Fragen, Thema Trainersohn, genauso gereizt reagiert, wie schon immer und auf der anderen Seite genauso pragmatisch ist, wie schon immer und an manchen Dingen mehr Freude verspürt als andere Menschen und das war Paul Dardai, der da gar keine Show abgezogen hat oder so, hab ich das Gefühl. Ähm, sondern, das kann er, glaub ich, auch kaum. Also, ich glaube, Paul Dardai ist Paul Dardai und dann ging's plötzlich um, darum, dass seine Frau Monika letztendlich eigentlich die Entscheidung getroffen hat, also Monika Dardai ist eigentlich mächtiger als Triple Seven. Das bleibt für mich am Ende hängen. Dass er einen süßen Hund haben muss, bleibt für mich hängen. Weiß, wie heißt der? Maltipu? Maltipu? Nee, das ist nicht der Name, das ist die Rasse. Ja, genau, also, ja, das meinte ich damit, aber ja, doof ausgedrückt. Aber wie heißt, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Zecke. Ich fand's witzig, ob die Frage, wie denn der Hund so ist, weil man ja häufig vom Charakter eines Hundes auf den Charakter des Halters schließen kann, er meinte im Scherz so, der beißt. Ja, hat er nicht sogar gesagt, der beißt wie ich? Ja, das hat er dann, glaube ich, noch hinterher geschoben. Also, ja, wie gesagt, es war eine launige Paul Dardai-Pressekonferenz, der aber trotzdem ein bisschen reservierter wirkte, weil er, und das fand ich dann auch richtig gesagt hat, ich hab noch gar nicht mit der Mannschaft geredet. Wenn ich jetzt hier in der Öffentlichkeit über all das Quatsche, bevor ich mit denen geredet habe, dann können wir es gleich vergessen. Hat ja auch ein Stefan Herrmanns gleich zum persönlichen Gespräch nach der Pressekonferenz eingeladen, um über Fußball zu reden, aber halt nicht vor den Kameras. Ist ja auch das einzig Richtige. Stell dir mal vor, der haut da einen nach dem anderen raus auf der PK und hat noch nicht ein persönliches Gespräch mit der Mannschaft geführt. Und eine Sache, die für mich auf jeden Fall auch hängen geblieben ist, ist das Thema Führungsspieler. Dass er nicht akzeptieren wolle, dass es immer heißt, dass es mit Kevin Prince, Boateng, einen einzigen Führungsspieler in dieser Mannschaft gibt und dass er bei seinem letzten Mal oder bei seiner allerersten, nee, bei seinem letzten Mal sich mit in die Kabine gesetzt hat und den Jungs mal auf Augenhöhe gesagt hat, wer führt diese Mannschaft denn an? Wer sind denn die Führungsspieler? Und dass sich das mit Einzelgesprächen und so weiter gelöst wurde, wer für diese Aufgabe bereit ist, auch zu führen und dass es eben nicht nur ein Spieler sein kann. Bin mal gespannt, ob er dadurch vielleicht auch nochmal Marvin Plattenhardt und Co. ein bisschen anstachelt, sag ich mal. Denn genau sowas wird es ja jetzt brauchen. Sowas ähnliches, wie es unter Magath gelaufen ist. Ja, und ansonsten kann man ja in dem Sinne nur abwarten. Ich bin auch gespannt, wie er, also, ich weiß noch, wie damals er das zweite Mal kam und man sich so überlegt hat, ja, vielleicht ist es ja auch ein neuer Pal Dardai, der hat sich bestimmt weitergebildet. Es war der alte Pal Dardai-Fußball und es wird auch jetzt der Pal Dardai-Fußball sein, natürlich auch rein pragmatisch gesehen, aber wir dürfen jetzt keine Wunderdinger erwarten. Wir wissen, was unter Pal Dardai zählt. Das ist Kompaktheit, das ist alle Basics abzurufen, das ist defensiv sicherzustehen und vorne hilft der liebe Gott. So, das ist Pal Dardai-Fußball. Wir wissen alle, woran wir da sind. Das muss man nicht künstlich überhöhlen, aber es ist ein Fußball, der reichen kann, der reichen kann, wenn die Spieler davon genau gekitzelt werden und wenn sie die Disziplin abrufen, die ein Pal Dardai braucht. Ich bin gespannt, ob er weiter auf die Dreierkette setzen wird, denn das war ja das System der Rettung bei seinem letzten Mal. Ich finde trotzdem, dass er normalerweise eher ein 4-2-3-1-Trainer ist und er jetzt auch explizit über diese Zehner-Position gesprochen hat. Ich kann mir also auch wieder einen Systemwechsel vorstellen, auch weil jetzt ein Chidera Ijuka anscheinend im Mannschaftstraining wieder ist, also man wird bald einen Flügelspieler mehr haben. Ich bin also gespannt, ob wir bald wieder Peter Pekarik auf dem Platz sind. Ich glaube es nämlich schon. Ja. Ich glaube, also wenn Hertha wieder auf die Viererkette setzt, gehe ich fest davon aus, dass Peter Pekarik Rechtsverteidiger spielen wird. Ja. Und die Doppel-Six. Marco Richter eins nach vorne rückt und man dann wieder die klassischen Flügelspieler hat und Ibrahim Maser mit zwölfeinhalb Jahren plötzlich die Mannschaft da kitzeln soll. Also, ähm, ich glaube, das sind so die zwei Optionen, aber ich glaube schon, dass er eher zu Viererkette tendiert. ähm, weiß nicht, wie ist denn dein Take dazu, Puma? Ja, ich gehe da auch mit und, ähm, er ist ja auch nun jemand, der immer wieder die Doppel-Six hat spielen lassen. Ähm, deswegen vermute ich auch, dass er dann einen Toussaint da weiter zurückziehen wird, neben einen Chigetschi wahrscheinlich. Ähm, und ja, an sich, das ist ja auch so ein Punkt, warum man ihn geholt hat, weil man nun ganz genau weiß, was man auch bekommt. Es wird gegen Bremen jetzt einzig und allein darum gehen, lange die Null zu halten und, ähm, wahrscheinlich einen Luki Bakio in den Konter zu bringen oder eben doch mal über Standards zu kommen. Das wird das System sein. Gegen Bremen müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ähm, und je nachdem, wie das ausgeht, auch in der Folge dann, ne, also er wird jetzt sicherlich nicht wie ein Sandro Schwarz versuchen, irgendwie mit kreativem Offensivspiel aus dieser Misere zu kommen, sondern eben die Null so lange wie möglich halten und vorne vereinzelt über individuelle Klasse, auch wahrscheinlich mit dem Jovetic, je nachdem, wie fit der ist. Der ist ja jetzt erstmal mit einem muskulären Problem heute im Training ferngeblieben, aber muss man auch verstehen, er hat mal 90 Minuten Fußball gespielt. Sorry, das klingt ein bisschen gemein, aber es ist schon wirklich wild. Hat er jetzt noch irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie Nationalmannschaft oder so oder? Nee, das ist jetzt für die Saison tatsächlich vorbei. Okay. Ja, genau, aber fand ich auch lustig die Spitze, wo er meinte, dass es bei einem Prinz nicht mehr für die 10 reicht. Vielleicht will er ihn aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass die beiden ein ganz gutes Verhältnis haben könnten und dass der den damit auch so ein bisschen ärgern will. Also, ich glaube, die, also kann mir nicht vorstellen, dass Paldade und Prinz nicht miteinander auskommen, ich glaube, das wird schon passen. Aber ja, ich finde auch, die Frage ist so ein Stück weit, wenn man dieses 4-2-3-1 spielen sollte und du hast gefühlt sieben Mittelstürmer, wer der den Vorzug erhalten wird. Ich glaube auch eher, dass es ein 4-4-2 wird. Paldade und ein 4-4-2, hat er das gespielt? Also dir fehlt halt auf der linken Seite dieser Flügel noch so richtig, solange Ijuke noch nicht richtig fit ist. Das ist so das Ding. Er wird Luki Barker nicht über links spielen lassen. Nein. Und deswegen denke ich, dass der eher vorne stürmen wird oder so ein 4-2-1-1. Aber schon auf Kompaktheit ausgelegt. Ja, das sowieso. Das sowieso. Das ist dann ja am Ende Paldade. Ja, es ist schon wirklich krass nach, wenn wir zurückblicken ins Jahr 2019, Hertha will den großen Wurf schaffen mit Ante Czovic als neuer Trainerentscheidung und dem Geld von Lars Winters. Und wir wissen alle, was dann gekommen ist mit Jürgen Klinsmann, den Tagebüchern, 75 Millionen Winter, Jens Lehmann, Bruno Labbadia, Widerpal Dardai, Sandro Schwarz, beziehungsweise, nee, gar nicht. Dann, ja, Typhoon Korkut, Felix Magert und alles, was dazwischen passiert ist, das kann man ja, ich muss wirklich diese Verdammung beschreiben. Also irgendwann im Sommer müssten wir uns mal die Arbeit machen. Irgendwann im Sommer müssten wir uns mal die Arbeit machen, das alles aufzuarbeiten. Oh Gott. Bitte nicht. Kann nicht mehr. Aber das ist, kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich krass und das ist, und auf der einen Seite brauchen wir nicht drüber reden, dass das mit knapp 400 Millionen investierten Euros es ein absolutes Armutszeugnis ist, dass der Verein wieder bei Zecke Neuendorf und Pal Dardai in entscheidenden Positionen rauskommt. Nichts denen, ich will denen, ja nichts Böses. Es geht ja um die allgemeine Situation im Verein. Und doch kann ich mir nicht ganz helfen, als zu sagen, es hat irgendwo was fußballromantisches. Ich weiß, ich kann mir nicht helfen, irgendwo hat das was Romantisches, dass dieser Verein jetzt von einem Kai Bernstein geführt wird, Benni Weber zurück im Verein, dass er diesem Verein ja auch lebt. Der hat nur keine schillernde Spielerkarriere, weswegen das immer so ein bisschen hinten überfällt. Und dass man jetzt wieder bei Pal Dardai ist und dass die sich wie Magneten immer wieder anziehen und irgendwie ist Pal Dardai die Lösung und gleichzeitig Teil des Problems. Und das ist schon alles Wahnsinn. Also ein drittes Mal Pal Dardai, das ist ja, das kannst du ja keinem erzählen. Das ist ja völlig wahnsinnig. Aber so ist es jetzt und ich glaube, wir haben ja gerade schon herausgearbeitet, dass ich auch glaube, dass das die einzig richtige Entscheidung ist, dass das die Wahrscheinlichkeit am ehesten erhöht, in der Klasse zu bleiben. Man muss sagen, dass Hertha an sich, das ist nach diesem desaströsen Schalke-Spiel immer doof zu sagen, dass man das leichteste Restprogramm hat, wenn man schon nicht gegen Schalke bestehen kann. Das ist klar. Und doch gibt es jetzt eine andere Situation und nicht jedes Spiel ist mit dem anderen zu vergleichen. Und wenn man sich allein nur mal die Heimspiele jetzt anguckt bis zum Ende. Hertha spielt jetzt gegen Bremen, du spielst gegen Stuttgart und du spielst gegen Bochum. Außerdem hast du noch Auswärtsspiele gegen Bayern, Köln und Wolfsburg. In meiner Welt hat Hertha hier noch alles in der eigenen Hand. Das ist genauso schlecht, wie es gut ist. Zumal die Hoffnung ja lebt, also die Hoffnung lebt auch wieder ein bisschen. Das klingt ein bisschen fies, man will es keinem wünschen, aber Ralf Fährmann hat sich verletzt und Schwolo muss bei Schalke ins Tor. Gut, ja, aber abseits dessen muss man eben sagen, dass Schalke dieses Spiel tatsächlich fast noch mehr gewinnen musste als Hertha, weil deren Restprogramm ziemlich übel ist, wenn ich mich richtig erinnere. und Stuttgart hat auch nicht mehr so viele leichte Gegner. Aber gut, wie gesagt, man muss ja auf sich gucken und es wird jetzt sofort halt wichtig werden. Also ich weiß noch, Pal Dardai kam damals wie Bruno Labbadia und da hatte man noch ziemlich viel von der Rückrunde übrig. Da gab es ja auch, glaube ich, die ersten sechs Spiele keinen Sieg. Man hat dann das erste Spiel gegen Augsburg gewonnen. So viel Zeit gibt es nicht, logischerweise. Es muss jetzt eigentlich schon gegen Bremen, hast du eigentlich die perfekte Chance, einen Stimmungsumschwung hinzubekommen. Heimspiel, wo du zuletzt eh nicht so verkehrt warst. Neuer Trainer, neuer alter Trainer, der gut fürs Umfeld ist und wenn du gegen Bremen gewinnst, da kannst du wiederum Momentum schaffen, denn das einzig Positive, was ich an diesem Schalke-Spiel nehmen kann, ist, dass das der Tiefpunkt ist. Du kannst, ja, das klingt jetzt vielleicht, okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal doof, aber aus dem Tiefpunkt kann immer ein positives Momentum entstehen, weil es so schlecht gewesen ist, dass die Mannschaft sich davon, also die Mannschaft muss jetzt wach sein. So. Ich glaube, dass manchmal diese Spiele so wichtig für eine Mannschaft sind, um aufzuwachen, um dann nochmal was machen zu können. Stellt euch mal vor, um dann hätte dieses Spiel 0 zu 1 verloren. So. Das wäre doof gewesen. Keine Frage. Es hätte auch am Trainerschul weitergerüttelt, aber wäre so ein Ruck durch die Geschichte gegangen, ist die Frage. Also, will sagen, das ist natürlich nur eine der möglichen Szenarien, aber sollte Hertha am Ende drin bleiben, glaube ich schon, dass du auf dieses Schalke-Spiel verweisen musst und sagen musst, da wurde verstanden. Aber gut, wie oft hat man gedacht, dass diese Mannschaft und dieser Verein verstanden haben? Also, das kann man mir gleichzeitig auch wieder hinwerfen, so ist es nicht. Okay. Habt ihr noch irgendwas zu dieser ganzen Trainer, zu diesem ganzen Trainerwechsel zu sagen? Fällt euch noch irgendeinen Aspekt an, den ihr besprochen haben wollt? Ich glaube nur, dass ich schon wieder in irgendeiner sehr absurden Weise ungesund, hoffnungsvoll bin. Ich weiß es auch nicht. Also, Ups und Downs mit diesem Verein. Ja. Ja, es ist ja auch, also haben wir uns ja vor einem halben Jahr die Frage gestellt, was ist denn nun endlich besser? Ja, Abstieg oder nicht Abstieg? Klar, finanziell betrachtet ist es das eine, auch wenn Abstieg halt eine Chance wäre und trotzdem stirbt diese Hoffnung einfach irgendwie nicht. Also, wir wissen es ja eigentlich jetzt schon, dass die nächste Saison genauso wird. Oh Gott. Und, ja, trotzdem kommt alle am Samstag wieder ins Stadion. Mann, richtig energetisch. Oder lass das sein. Ist auch okay. Oder lass das sein. Vielleicht geht ihr auch einfach ins Spa. Gut investiertes Geld. Eigentlich schon, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zumindest einen Unterpunkt unserer Rubriken auf und zwar den Ausblick aufs Bremen-Spiel. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Jawohl, am kommenden Samstag spielt Hertha zu Hause um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen. Bremen ist aktuell Tabellen-Zwölfter mit 32 Punkten. Die Rückrunde von Bremen läuft tatsächlich ausbaufähig, muss man sagen. Ich kenne Bremen-Fans, die ein bisschen dafür zittern, wie es beim letzten Abstieg war, dass dieser Verein und diese Mannschaft sich schon ein bisschen zu sich erwähnen und zum Ende hin plötzlich verdutzt dann doch dastehen. Dafür muss trotzdem noch einiges passieren, würde ich sagen, denn Bremen mit 32 Punkten hat eben auch 8 Punkte Abstand auf den Tabellen 16. mit Stuttgart. Man könnte fast meinen, die Saison könnte ihnen langsam auch egal sein. Bremen reist, soweit ich weiß, mit 10.000 bis 20.000 an. Da wurde sich ja ordentlich mobilisiert für dieses Spiel. Also bin ich gespannt, wie die Stimmung dann auch im Stadion sein wird und wie das wiederum das Spiel beeinflussen könnte. Anna, aber gehen wir vielleicht einfach sportlich vor. Was erwartest du dir von diesem Spiel? Wie muss Hertha agieren? Was bei Bremen macht dir vielleicht auch Sorge? Also erst mal, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass jetzt Paldada wieder auf der Trainerbank sitzt, erwarte ich mir keinen spielerischen Leckerbissen bei diesem Spiel. ganz unabhängig davon, dass der Gegner, also dass es jetzt einfach die Partie Hertha gegen Bremen ist. Aber ich glaube, in der Kombination, boah, ja. Ich hoffe, ich setze darauf, dass bei Bremen, wie du es gerade schon beschrieben hast, Marc, schon so ein bisschen ist uns egal, nicht ist uns egal, aber dass sie so ein bisschen, naja, es geht halt vielleicht nur noch irgendwie um die goldene Ananas, dass die vielleicht mit so einer Stimmung anreisen und am Freitag hat ein Freund von mir, der Bremen-Fan ist, zu mir gesagt, dass Bremen sich auch immer ein sehr dankbarer Aufbaugegner sei. Ich weiß aber nicht, ob er das nur zu mir gesagt hat, weil Hertha gerade 5 zu 2 gegen Schalke verloren hat. Gut, ich meine, Bremen hat am 26. Spieltag gegen Hoffenheim verloren, hatten auch gegen Augsburg verloren und der letzte Sieg überhaupt war der 22. Spieltag ein 3 zu 0 gegen Bochum. Seitdem haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen und nur noch zwei Unentschieden geholt und sonst nur Niederlagen. Also Form ist ausspraufähig. Aber Hertha ist ja auch Aufbaugegner. Wer baut sich denn jetzt auf? Wer baut sich denn jetzt auf? Puma, wie gehst du an diese Partie ran? Ja, man muss hoffen, dass Bremen halt im Niemandsland sich schon sicher fühlt und nicht, dass die jetzt gerade gegen uns so einen Tag haben, wo die sagen, komm, wir können heute den Klassenerhalt ein für alle Mal fix machen. Gerade bei so einer verunsicherten Mannschaft an sich, wenn Bremen es clever macht und geduldig bleibt, auf ihre Stärken vertrauen, dann rechne ich damit, dass Bremen als Sieger vom Platz geht. Hertha muss es halt schaffen, Bremen ungeduldig zu machen. Die müssen aggressiv sein, die müssen den Bremern auf den Füßen stehen, dass sie gar keine Lust mehr haben, ihren Fußball zu spielen und dann eben, ja, was ich vorhin schon meinte, über einen Konter oder über einen Standard irgendwie da sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Paul, wie gesagt, erst mal mit einem Punkt leben kann, um nicht einfach noch weiter abzusenken und den Anschluss zu verlieren. Ja. Ja, ich glaube, also ein Heimpunkt gegen Bremen, man könnte meinen, dass das in Hertha-Situation zu wenig ist, aber je nachdem, wie das ist. Das ist ja auch immer die Frage, wie die Mannschaft sich eben darstellt, ne? Ja, total. Wenn es ein gut erstandener Punkt ist, ja, wo man Kompaktheit sieht und nicht viel zulässt, dann ist das, glaube ich, in Ordnung mit den Gegnern, die noch auf uns zukommen werden. Wenn wir jetzt irgendwie mit Glück dann 0-0 spielen oder so, dann, ja, auch dann nimmt man ihnen wahrscheinlich den Punkt, ja. Wichtig ist eben, dass wir nicht auseinanderfallen und uns jetzt die nächste Klatsche abholen. Absolut. Zum einen in Bezug auf das Torverhältnis, ich meine, wenn ich mich, ja, das kann noch eine Rolle spielen, tatsächlich. Wenn ich mir so die Torreflüsse angucke, also Hertha steht bei minus 22, Schalke bei minus 26, Stuttgart bei minus 15, Bochum bei minus 30. Das kann schon noch eine Rolle spielen. Das ist das eine. Zum anderen bin ich ja immer der Vertreter der These, dass Spieler aufeinander aufbauen ein Stück weit und man sich auch, egal wie das Ergebnis ist, Selbstvertrauen erspielen muss für die nächste Partie und in dem Fall geht das für mich, vor allen Dingen für die nächste Heimpartie, denn das nächste Heimspiel ist gegen Stuttgart und du brauchst ein Selbstverständnis zu Hause und das kannst du dir jetzt gegen Bremen irgendwo holen, denn auch das Auswärtsspiel danach gegen Bayern lädt jetzt nicht dazu ein, Selbstverständnis aufzubauen. Also, das muss man eben auch sagen, da kannst du dich auch teuer verkaufen, okay, aber besonders dieses Bremen-Spiel ist für mich die Generalprobe für das Stuttgart-Spiel und allein deswegen musst du dich schon gut verkaufen, möglichst einen Punkt holen und ja, Bremen hat natürlich immer Möglichkeiten, auch mit dem Gegner wehzutun, Mitchell Weißers eklig zu verteidigen, die haben den besten Torjäger dieser Bundesliga-Saison mit Niklas Vöhlkrug, Marvin Duck steht auch bei, ich sehe es gerade, 14 Torbeteiligungen in dieser Saison, natürlich können die einem können die einem wehtun, ich muss aber auch sagen, dass ich Bremen in den letzten Spielen, was ich so mitbekommen habe an Zusammenfassungen, an Kommentaren von Bremen-Fans und so weiter, das ist nicht sonderlich überzeugend, aber gut, die kommen viel über die Moral. Ja, das sieht man ja auch daran, dass sie immer in den Schlussminuten plötzlich nochmal entdecken, dass sie ja Fußball spielen können und dann doch nochmal sich bewegen. Auch dieses Unentschieden jetzt gegen Mainz, wo in den letzten Minuten 1-0 Mainz, 1-1, 2-1 Mainz und dann wieder das 2-2 und gerade auch zu Beginn der Hinrunde, wo die oftmals über die Moral noch in den Schlussminuten das Spiel gedreht haben und das meine ich, diese Moral musst du denen an diesem Tag nehmen, ja, die dürfen gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass da was geht und dann hast du vielleicht eine Chance. Gut, dann machen wir es an der Stelle zu, Ich würde vielleicht noch die Abschlussfrage an euch stellen, beginnend mit Anna. Jetzt nach diesem Schalke-Spiel, nach dem Trainerwechsel, hast du Hoffnung oder beziehungsweise hast du jetzt wieder mehr Hoffnung mit dem Trainerwechsel, dass es tatsächlich reichen könnte oder bist du dahingehend resigniert? Am Freitag hatte ich mich damit abgefunden, dass wir auf jeden Fall absteigen. am Samstag dachte ich, ich hätte mich gefangen, das war am Vormittag, dann habe ich das Spiel im Relief geschaut und dann habe ich alle Hoffnungen beerdigt und jetzt sind auch schon wieder zwei Tage vergangen und Pal Dardai, ach, klar, es ist noch alles möglich und ich weiß nicht, es ist so eine Mischung zwischen, man will sich selbst vor der ganz großen Enttäuschung schützen und muss sich mental schon mal darauf vorbereiten und andererseits natürlich hoffe ich bis zur letzten Spielminute, dass das noch irgendwie was wird und dass da auch nochmal das eine oder andere Spiel dabei ist, wo wir denken, hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, dass wir da nochmal einen Punkt mitnehmen oder auch drei, ich habe doch, ich habe eine Resthoffnung, ist einfach so, die wird auch bis zur letzten Spielminute würde ich noch hoffen, dass sich in irgendeinem Parallelspiel noch irgendwas verändert und Hertha noch ein Tor schießt und will es dadurch noch auf dem Relegationsplatz schaffen und so weiter, also doch eine Resthoffnung ist, glaube ich, immer da. Wie ist es bei dir, Puma? Ja, ich glaube, ich mache das am Samstag oder vom Samstag abhängig, also wenn, dann wird es nur die Relegation man muss realistisch sein, Bayern kannst du aus der Aufzählung rausnehmen, Wolfsburg in meinen Augen auch, weil du historisch betrachtet am letzten Spieltag nie geliefert hast in den letzten Jahren und dann auch noch auswärts. 2 zu 6. Ja, genau, so, genau, dann auch noch auswärts, ja, ich vermute aber, dass bis dahin entschieden sein wird, ob wir auf dem Relegationsplatz landen oder nicht, ja, also in den nächsten vier Spielen, deswegen, es ist, ja, stark abhängig jetzt von Samstag. Ja, ja, ich bewege mich da auch zwischen den Welten, also zwischen den Gefühlswelten, denn es sind zwei Punkte, wer da sagt, die Hoffnung gibt es nicht, der lügt irgendwo, klar kann man das einzig und allein von dem Auftritt auf Schalke abhängig machen, aber es ist jetzt einfach eine andere Situation mit einem neuen Trainer, wie gesagt, wenn ich dem Trainer noch zutraue, da irgendeinen Impuls zu setzen, dann ist das Pal Dardai und ja, irgendwie halte ich das genauso realistisch wie unrealistisch, also es ist schwierig zu sagen, es kommt natürlich eben auf die anderen Mannschaften an, kann Stuttgart mit Hoeneß weiter darauf aufbauen, die haben jetzt nochmal einen überragenden Punkt in Unterzahl gegen Dortmund geholt, also da hat sich ja schon was bewegt, wenn davor haben sie dieses 3-2-2-Sieg gegen Bochum geholt, also auch im BDF-Pokal gewonnen, also die haben jetzt auch so eine kleine Welle, können sie die weiter reiten, die spielen jetzt beispielsweise gegen Augsburg, also wenn Stuttgart gegen Augsburg gewinnt und Schalke ja gut gegen Freiburg dann sieht es natürlich und Hertha verliert jetzt gegen Bremen meinetwegen, dann sieht es auf einen Schlag natürlich richtig düster aus, aber ich muss gleichzeitig sagen, ich traue mich da kaum noch Prognosen, denn in den letzten Jahren habe auch ich Hertha schon oftmals, also besonders in der letzten Saison, war die Sache für mich durch, also da habe ich wirklich nicht mehr dran geglaubt, dass das noch etwas werden kann, in der düstersten Zeit unter Typhon Korkut und so weiter und selbst dann hat man es ja noch geschafft, also auf eine Sondersituation noch, dass es ja dann danach auch noch umgekehrt war, da hat man schon fast geglaubt, okay, wir haben es geschafft und haben es dann doch nicht geschafft. Ich war in Bielefeld dabei, Thema Luca Wollschläger und Maxi Bischlädt allein vorm Tor, traumatische Dinge passiert, aber ja, deswegen wäre es irgendwie auch tollkühn zu behaupten, die Sache wäre durch, das ist einfach nicht so, aber es ist sicherlich wieder ein Himmelfahrtskommando, was da Pal Dardai übernommen hat, aber anders macht das ja auch nicht, drunter macht das nicht, wenn schon dann eine superschwere Aufgabe, will sagen, es ist möglich, aber genauso gut unmöglich, ich will mich da auch kaum festlegen, tatsächlich, ich brauche da auch ein paar Auftritte von der Mannschaft, ob sie unter Pal Dardai verstanden hat. Gut, dann beenden wir die ganze Sache und zwar mit den Songs, ich habe mir einen super Song überlegt, tatsächlich, thematisch, und ich weiß nicht, Puma, hattest du noch, du hattest ja oder ist dir die endgültig entfallen? Er ist endgültig entfallen wahrscheinlich in so einer halben Stunde, weiß ich ihn dann wieder. Na gut, dann beginne ich mal und zwar habe ich so überlegt, Pals Rücke hat ja irgendwie das Gefühl auch von die Vergangenheit musst du die Zukunft retten. Wo war ich da? Richtig, beim Film Zurück in die Zukunft und welcher Song ist bei Zurück in die Zukunft sehr im Vordergrund und zwar The Power of Love von Huey Lewis and the News und da, das passt auch doppelt, weil Power of Love, ich zitiere nochmal ganz kurz, you don't need money, don't take fame, don't need no credit card to ride this train, it's strong and it's sudden and it's cruel sometimes, but it might just save your life, that's the power of love. Und wenn Paldadde und Hertha eins ist, dann die Stärke, die Kraft der Liebe und dementsprechend kommt dieser Song auf die Playlist. Findet ihr auch ganz gut, oder? Top. Schön. Sehr schön. Alles klar. Müssen wir nur noch klären, wer Michael J. Fox spielt und dann passt das schon. Gut, das war's an der Stelle, Freunde. Es hat mir großen Spaß gemacht, das alles mal wieder im Kopf für euch und für uns selber zu sortieren. Hilft ja dann doch immer die Therapiestunde, die Leute haben danach gelächzt und ja, bereiten wir uns vor auf sechs bis acht letzte Spiele mit Paldadde an der Seitenlinie und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Bremen-Spiel. Bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und hau he. Ciao. Tschüss. Ha, hau he. Ha, hau he. Ha, hau he. I don't believe this. I think something I need to say.